Star Wars wie Empire Strikes Back Nachdem einige Leute hinter die etlichen Zufälle stiegen, die ihr New Hope formten, wurde dieser zweite Teil inoffiziell als der beste Teil deklariert. Bis es wahrscheinlich daraus kommt, wie viele Zufälle da drinstecken. Von allen Seiten abgefeiert als menschlicher und charakterintensiver, bedeutender für die Story und dramatischer... Sorry, für mich ist der komplette zweite Akten totales Schnachfest, man. Man, ich sollte überlegen, ob ich das rausschneide. Eine der unbekanntesten und tragischsten Geschichten, die hinter Empire Strikes Back steckt, ist der seelische Schmerz Lucas, den er nach seinen Erlebnissen mit THX 1138 und American Graffiti davontragen musste. Lucas war unfassbar bestürzt über die Anmaßung der Studios und Produzenten. Das Umschneiden seiner bisherigen zwei Filme und das ständige Damoklesschwert über jeder Entscheidung, wenn man für ein Studio arbeitet. Die Furcht und das Misstrauen sollten schließlich dazu führen, dass Lucas die Prequels komplett allein stemmen wollte. Für Empire legte Lucas das komplette Budget aus eigener Tasche auf den Tisch, da er nicht erneut den Albtraum von Studio-Einmischungen durchmachen wollte. Was ihn jedoch komplett unerwartet traf und bis in die heutigen Zeiten einen für mich sehr positiven Trend startete, waren die Anfangscredits und der Streit mit der Writers- und Directors Guild. Diese Gewerkschaft unterbindet ihre Mitglieder, eigene Richtlinien zu brechen oder Projekte außerhalb zu bearbeiten. Als Vorteil erhält man natürlich die Exklusivität dieses, nennen wir es mal, Clubs. Es ging also um die Anfangscredits, die heute, um die Atmosphäre des Films zu garantieren, glücklicherweise vermehrt ausgelassen werden. Im Falle von Star Wars war die Gewerkschaft nur unter Zähneknirschen bereit gewesen, die Anfangscredits auszulassen, weil man den Erfolg nicht hatte kommen sehen und von einem Megaflop ausging. Dieses Mal jedoch wurden die Anfangscredits gefordert. Lucas weigerte sich aufgrund des Pacings des Films und wurde mehrfach verklagt zu damaligen 250.000 Dollar. Heute mit Inflation 750.000 Dollar. Aber was niemand mit all den sperrigen Diskussionen über Lucas beachtete, er stieg aus der Directors Guild aus. Was ihn extrem limitierte in seiner Arbeit, seiner Schauspielerwahl und wen er für Return of the Jedi einsetzen konnte, da sein eigentlicher Wunsch Spielberg gewesen wäre. Der somit angeheuerte Regisseur Erwin Kashner, der ein absoluter Gegner von Computer-Special-Effekts war, hielt den ersten Star Wars-Film für Trash und trimmte die Skriptarbeiten besonders darauf, viele intime Szenen zwischen den Charakteren zu beinhalten, was, wie ich eingangs schon erwähnte, den zweiten Akt des Films für mich zum riesigen Schnachfest verkommen lässt. Paul Wehrhöfen ließ erst 2012 verlauten, dass auch er ganz heiß auf dem Posten als Regisseur gewesen wäre und vorfreudig zu einem Meeting der Produzenten erschien. Komplett überzeugt legte er seinen damaligen Riesenflop Spatters auf den Tisch und hörte danach nie mehr vom Studio. Die Dreharbeiten wurden daraufhin als absolutes Desaster beschrieben, als Erwin Kashner den Rough Cut vorlegte. George Lucas wollte sich aus den kompletten Dreharbeiten raushalten, um Zeit für seine Ehe und den Ausbau von Lucas-Films zu haben. Kashner und Produzent Kurt sollten sich aber in Lucas' Augen als dermaßen inkompetent herausstellen, dass enormes Eingreifen seinerseits nötig wurde. Das Endergebnis war ein angeblich grauenhafter Cut und es heißt, als Lucas nachbearbeitete, wurde es sogar noch schlimmer, wie es schon in A New Hope hieß, dass sein erster Cut unglaublich langatmig und soapoperig war. Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie der Final Cut letztlich doch anschaubar wurde. George Lucas hatte auch im Allgemeinen ein Riesenproblem, anderen Menschen, vor allem Mitarbeitern, zu vertrauen. Er war so dermaßen besorgt, dass das Ende geleakt werden könnte, dass er den Schauspieler Darth Waders die Textzeile »Obi-Wan tötete deinen Vater« zu Luke sagen ließ. »Nein, ich bin dein Vater«, wurde erst im Final Cut von James Earl Jones drüber gedappt. Und ich möchte auch unbedingt darauf hinweisen, dass der Quote »Luke, I'm your father« natürlich aus Referenzgründen falsch ist. Da es eine direkte Antwort ist, lautet der Quote »Eigentlich« »No, I'm your father«. Eine besondere Form von »Art Imitates Life« bekamen wir mit der Han Solo-Carbonit-Szene. Weder steckte ein storytechnischer Kniff dahinter, noch war es für jegliche Form von Spannungsaufbau geplant. Dieser komplette Subplot wurde exklusiv eingebaut, da nicht klar war, ob Harrison Ford für seine Rolle im nächsten Film zurückkehren würde. Harrison Ford hatte im Vorhinein zu Empire sogar darum gebeten, seinen Charakter zu töten, da er meinte, seine Rolle wäre ausgespielt. Und um kurz einen persönlichen Kommentar abzugeben, sollten aufgrund solcher Vorkommnisse Leute immer auf der Hut sein, in allem im Film eine Absicht oder einen großen Plan zu sehen. Oftmals ist es die offensichtliche Zynik, die den Takt angibt. Auch die Idee der Jedi-Geister entstand, nur weil Lucas Alec Guinness in fehlender Voraussicht abgeaxt hatte, ihn aber als Establishing für den weiteren Plot brauchte. Auch gibt es die Legende, dass Harrison Ford die Line, ich weiß, als Antwort auf Leas, ich liebe dich, aus dem Stehgreifer fand und somit den coolsten Action-Badass des Science-Fiction untermauerte. Mittlerweile kam jedoch zu Tage, dass es erneut, aufgrund der Ungewissheit über Harrison Fords Rückkehr, es eine große vorherige Diskussion auch über diese Textzeile gab. Was ein oft überblickter Skripteinfall gewesen wäre, ist der Charakter des Lando Calrissian. Ursprünglich hätte er mit der kurz angerissenen Exposition der Klonkriege in Verbindung gebracht werden sollen. Es war geplant, dass er unter dem Namen Lando Kadar eine Gruppe Klone anführte, die sich nur durch Klonen reproduzieren würden. Stellt euch das mal vor. Wäre dieser Mini-Plot eingefügt worden, hätte es die Prequels nie in der Form gegeben, wie wir sie heute kennen. Oder zumindest hätten dann alle Django Fads Lando Calrissians sein müssen. Ich meine, okay, whatever. Für das folgende Segment muss ich mich nachträglich entschuldigen, da mir im letzten Video ein eigenartiger Fehler unterlaufen ist. Ich sagte mit Bestimmtheit, dass die Änderungen in Empire und Jedi noch schlimmer wären als in Hope. Zumindest für Empire möchte ich diese Aussage zurücknehmen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Die Aussage zu Jedi bleibt bis zur nächsten hinter der Leinwand bestehen. Also beginnen wir mit den Änderungen? Ich denke schon. Erstens, eine komplett neue Szene mit dem Wampa wurde nachgedreht. Und ratet mal, es ist kein grauenhaftes Playstation 1 CGI. Ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Zweitens, der Wampa wurde auf Luke zuwandend ins Bild kopiert. Und drittens, der Wampa hält seinen abgeschlagenen Arm. Viertens, Boba Fett's Slave I nimmt die Verfolgung des Millennium Falkens auf. Leider kommen wir hier wieder in die Uncanny Valley des CGI-Alttraums. Fünftens, eine kurze Anflugsequenz, die komplett überarbeitet wurde und eine neu eingefügte Landesequenz fallen in die gleiche Kategorie. Sechstens, nun wird es ein wenig haarig in den Erklärungen. Beginnen wir hier. Aus offensichtlichen Gründen wurde das Matte-Painting der Stadt ausgetauscht. Aber in weiteren Szenen wurden die ebenso minderwertigen Matte-Paintings beibehalten. Dafür hat man jedoch einigen verkehrenden Hintergrund eingebaut, einen Zug, der unter der Landeplattform durchfährt und blinkende Lichter in der Luft. Siebtens, man tauschte zwei Teilhintergründe aus, was die vielleicht grausigsten Änderungen des gesamten Films sind. Wie damals bei den anfliegenden X-Wings hat niemanden Scheiß um korrekte Lichtreflexion der Umgebung oder der sich bewegenden Objekte gegeben. Achtens, aus irgendeinem Grund wurde der Doppelwolkenwagen gegen ein Gasminenlager ausgetauscht. Keine Ahnung, was es damit aus sich hat. Neuntens, eine komplett Kamera-animierte Sequenz mit einem Bespin-Wolkenwagen, das absolute Grauen. Zehtens, das Gebäude im kommenden Establishing-Shot wurde aus Continuity-Gründen umgestaltet, da in der alten Version Außen- und Folgen der Innenansicht nicht zusammenpassten. Elftens, zwei weitere Male wurden zwei furchtbar billig reingefotoshoppte Aufnahmen von Bespin gegen eine Tür und Metallplatten ausgetauscht. Zwölftens, in den FSK-6-Fassungen des Films fehlt folgende Szene. Dreizehntens, die aufwendigste Nachbearbeitung im gesamten Film. Komplett sinnfrei, komplett für den Arsch. Vierzehntens, es folgen zwei komplett neue Einstellungen, die den vorherigen Prinzipien an Sinnigkeit folgen. Fünfzehntens, die kontroverseste Änderung des gesamten Films. Lukes Schrei, als er sich Vader abwendet und dem Weg seines abgetrennten Arms folgt. Ich bitte euch für eine Kostprobe dem Link zu folgen, weil ich will keinen Ärger mit YouTube bekommen. Auf keiner der heute noch erhältlichen Fassungen ist dieser Schrei enthalten, da es eine dermaßen abnormale Verstümmelung war, dass selbst Lucas für den DVD-Release 1er es wieder rauszunehmen. Sechzehntens, es folgen drei neue Szenen, wie die Landefähre zur Executive fliegt, oder Executor, ich weiß bis heute noch nicht, wie man es ausspricht, die Landung im Hangar und eine Deleted-Scene aus Jedi, die reingestopft wurde, weil man zu faul war für Reshoots. Siebzehntens, in den Himmel wurde eine zweite Luke reinkopiert. Ende! Wir haben es überstanden! Und das Fazit meinerseits lautet? Empire ist immer noch an! Ja, es stimmt! Trotz Lucas' spastischen Autismus-Anfällen und Zwangsneurose, das nicht so bleiben kann, wie es ist, nicht so bleiben kann, wie es ist, wurde Empire in keiner Weise auf einen derart abartigen Level verstümmelt, wie Jedi oder Hope. Herzlichen Glückwunsch! Die Änderungen saugen dieses Mal nicht gar so sehr. Die Änderungen sind in der Welt.